ja hallo und willkommen hier zur neunten folge supremacy 1914 mit england auf der 100er karte wir haben tag nummer 10 und wir stehen auf platz 1 mit 230 siegpunkten ja und es läuft wirklich gut muss man sagen also ich bin sehr zufrieden mit meinem fortschritt wir müssen jetzt natürlich gucken wie wir hier weitermachen einfach aufgrund dessen dass es eine neue bedrohung gibt da müssen noch mal kommen wir gleich noch mal zu zuerst aber hier im norden in europa muss ich sagen bin ich sehr zufrieden mit dem fortschritt ich womit ich jetzt nicht ganz so zufrieden wenn es hier der bahn der hier ein bisschen stumpf macht und unsere die provinzen ja klaut nicht alles andere begeistert von da müssen wir mal gucken wie wir dann darauf reagieren das wird auf jeden fall noch mal eine etwas schwierigere aufgabe aber ich hoffe natürlich trotzdem dass wir hier die doppelöl provinz noch gesichert bekommen auch wenn ich mit unserer produktion doch sehr zufrieden bin allgemein unsere produktion wirklich stark wir stehen sehr sehr gut da auch nahrungstechnisch das wird hier einiges produziert damit bin ich sehr zufrieden ja das passt auf jeden fall alles soweit ressourcentechnisch müssen wir uns keine gedanken machen müssen ja wirklich sagen dass wir hier auch wirklich sehr viel schon ausgebaut haben also wenn wir mal überlegen mal hier auf die provinzübersicht gehen mal hier auf die eisenbahn dann sehen wir dass wir hier schon 1 1 2 3 4 mit komplett fertigen eisenbahn haben und 1 2 3 4 5 6 eisenbahnen im bausen also sprich in zwei tagen ungefähr haben wir hier zehn fertige eisenbahnstrecken und das ist für tag 10 wirklich schon ein guter schnitt damit bin ich sehr zufrieden und das wird sich jetzt natürlich bezahlt machen weil wir müssen halt bedenken die produktionsrate wird durch die eisenbahn natürlich signifikant erhöht wir haben eine rohstoffproduktion von plus 33 prozent das macht schon wirklich was aus wenn wir überlegen dass wir hier 33 prozent weniger kriegen sondern wenn wir sowas manchmal bei 7000 tonnen pro pro tag wir können ja noch mal hier gucken das sind sechseinhalbtausend tonnen sogar nur das heißt wir machen hier 2500 tonnen pro tag als so eine eisenbahn die ja ungefähr 10.000 tonnen kostet die ist nach vier tagen ist hat die sich reinge erwirtschaftet wenn man es rein von den materialien aussieht und das ist halt wirklich sehr stark also sprich die eisenbahn die wir hier zuerst gebaut haben die haben sich mittlerweile amortisiert die haben ihre ja ihre baukosten mittlerweile mehr als reingeholt und damit können wir halt wirklich sehr zufrieden sein und damit bin ich auch sehr zufrieden und darauf können wir definitiv aufbauen ja ansonsten haben wir natürlich hier wieder heute die stadt hier oben eingenommen kings will haben dadurch unsere ganzen provinzen weiterhin moralisiert wir können hier mal gucken wenn wir hier auf die provinz moral karte schauen sehen wir dass wir wirklich eine sehr sehr gute moral haben damit bin ich sehr zufrieden wir kommen auf einer durchschnittsmoral von wo steht 86 prozent wenn man überlegt wie schnell wir uns ausbreiten dann ist das auch top wir haben 86 provinzen fast 300 einheiten das an tag 10 damit bin ich voll umfänglich zufrieden da gibt es sicherlich schlechtere sachen oder beziehungsweise schlechtere szenarien die wir hier kriegen können sonst gucken wir auch einfach mal auf die provinzen insgesamt wir sehen dass aquila immer noch auf platz vier ist er wurde vom kuban und oberwolter war dann eingeholt kuban und einer unserer nächsten feinde oberwolter genauso wenn wir überlegen dass wir dann zwei große rausnehmen für aquila wäre das natürlich tipptopp er kämpft hier immer noch mit mit der kalifornischen republik bin ich auch echt erstaunt wie lange das dauert also da das hätte ich nicht gedacht also ich dachte dass er jetzt hier schon ich sag jetzt mal hier oben irgendwie so in dem bereich steht also da finde ich ist ein fortschritt doch fast schon zu langsam wieder für einen solosieg man muss einfach mal bei den solosiegs bedenken die einfach ja es es macht halt extrem viel aus wie schnell du alles einnimmst also du musst halt wirklich schnell sein damit das alles skaliert man muss bedenken das ist alles hier skaliert halt sehr schnell es ist halt sehr von vorteil wenn man recht schnell recht groß ist wenn man dann halt einfach die ganze zeit schon diese höhere truppen produktion hat ich bin mir ziemlich sicher wenn wir in zwei tagen auf die statistiken gucken da sind wir da weit vorne also gerade wenn wir hier mal auf die phänomien gucken sehen wir dass wir fast die dreifache na gut die zweieinhalbfache ressourcen produktion haben obwohl wir knapp nur die doppel oder ob wir genau die doppelte provinzanzahl haben also sprich auch da wirkt sich halt wieder die ganze skalierung aus viele eisenbahnen wir konnten halt früh viele eisenbahnen bauen eben weil wir früh viel baumaterial hatten und so schaukelt sich das jetzt immer weiter hoch und das kann man schon fast als exponentielles wachstum sehen wovon wir halt jetzt sehr stark profitieren ansonsten was ist jetzt meine zweite überlegung die wir haben und zwar werden wir uns hier ein eine kleine insel eine kleine enklave in afrika sichern das werden wir auf jeden fall machen wir müssen hier einfach rüber gehen ich bin noch nicht so mir so ganz einig wie wir hier rüber gehen aber ich denke mal dass hier der schritt in die in die jenische provinz auf jeden fall sinnvoll ist mal gucken ob wir uns hier der griechenland gleich auch noch holen oder beziehungsweise dann auch direkt hier auf algerien gehen ich bin ja eigentlich doch auch recht begeistert weil hier einfach schon mal einen hafen fertig dann könnten wir direkt weiter ausbauen das wäre auf jeden fall wichtig ich möchte einfach hier einen landungspunkt haben das sollten wir auf jeden fall nutzen das wäre auf jeden fall wichtig ansonsten habe ich jetzt gesehen dass republik oberwolter mit dem wieder im frieden ist also ich gehe auch fest davon aus dass er jetzt hier wirklich der koalition beitreten wird ich gehe auch weiterhin davon aus dass hier die afghanation austreten wird das macht es einfach das einzige sinnvolle für diese koalition einfach mal drüber nachdenken dass die einfach schon 127 provinzen haben also mit ihm werden sie dann noch mehr provinzen haben dann müssen wir uns jetzt einfach das ganze mal angehen da wäre jetzt natürlich die überlegung dass wir sagen wir lassen kuban doch erstmal in ruhe und gehen richtung afrika das favorisiere ich muss ich sagen auch mittlerweile das wird sich dann aber zeigen inwieweit kuba da der kuban da irgendwie dran hängt also das ist dann die entscheidende frage das wird sich dann in den nächsten tagen zeigen aber ich würde mich prinzipiell jetzt erstmal auf den krieg gegen afrika einstellen dann müssen wir relativ schnell versuchen hier oberwolter irgendwie auszuschalten um dann hier schnell wieder für klarheit zu sorgen und dann halt auch gegen tansania und den rest ja eine chance zu haben das wird so ein bisschen kritisch da müssen wir auf jeden fall aufpassen und ich denke dass das dann auch entscheidender schritt sein wird richtung solosieg wenn wir afrika komplett ausschalten dann haben wir im rest der welt halt nichts mehr signifikantes was das da irgendwie aufhalten würde also es ist wirklich jetzt afrika der hier die hier im zweifel uns noch einen schritt durch die rechnung machen südamerika stufe ich da jetzt nicht ganz so gefährlich ein kann natürlich auch passieren da würde uns natürlich sehr zuvorkommen wenn brasilien jetzt hier überschiffen würde das wäre natürlich für uns perfekt ja müssen wir einfach mal gucken wie sich das ganze jetzt entwickelt ich gehe aber davon aus dass das nicht passieren wird beziehungsweise nicht so schnell passieren wird ja und damit bedanke ich mich für das zuschauen wenn euch die folge gefallen hat lasst doch gerne da oben da würde mich sehr freuen bis zum nächsten mal tschüss